Kalle Böhmann, es ist das Weekend für die Entscheidung in den Semifinals. Letzte Woche zwei Super-Close-Games in Heidenheim. Ist dieses Weekend gleich das gleiche? Ja, absolut. Das ist, was man von Playoff-Baseball erwartet. Man bekommt diese Close-Games. Es ist nicht eine regularische Saison, wo man in der Mitte des Spiels fällt. Es wird jeder Ending und jeder Pistole sein. Ich hoffe, dass die Spiele kommen, wie letzte Woche. War es etwas, was ihr gearbeitet habt? Ja, ein paar. Wir vorbereiteten, wie wir andere Woche. Aber unsere Mindset haben wir verändert. Wir wissen, wir müssen unsere Spiel. Wir spielen unsere Spiel. Wir spielen unsere Spiel. Wir haben unsere Mindset und unsere Positive-Mindset. Wir sind gut zu gehen. Die letzte Woche war dein Spiel. Es war ein Super-Low-Scoring-Games. Du hast den Hormerun in der ersten Hormerun gegeben. Das hat die Unterschiede gemacht. Was hast du mit Sean-Larie gemacht? Ja, natürlich ist er der Hormerun in der Liga. Er hat nicht so viele Hormerun. Aber wir werden ihn attacken, wie wir immer machen. Obwohl, wir werden ihn ein bisschen bemerken. Aber wir werden attacken und bleiben mit meinem Plan. Das ist ein perfekter Plan. Wir freuen uns auf die Spiels. Best Glück für sie. Awesome. Thank you, Joey. Ja, das ist eine Versorgung. Der Liga! Was ist der Fall.